hallo und herzlich willkommen zu einem Video in unserem Minecraft Leben mit dem Fabi wir sind in der letzten Folge stehen geblieben bei unseren Shops wahrscheinlich auch ein Video, wenn ich es hier ich nehme jetzt nicht mit, du weinst mir zu schnell weg zu viel Sport für den Fabi ja und dann haben wir noch nicht mal mehr Pfeile aber nicht mit dem Schwert Yes, ich habe meinen ersten Job jetzt fertig ja, du könntest jetzt deinen Abschluss verbessern äh, den Job lernen ich habe jetzt 130.000 was passiert, wenn man das Arbeiten abbricht? weiß ich nicht ich habe es aus das was ach nee, warte mal, man muss ja unten auf Verlassen gehen das Money aber du kriegst dann das Geld, was du zu dem Zeitpunkt hattest kohle kohle also ich hab's überwiesen man sieht in der aufnahme es verdient zwei sieben stunden aber der ballon kassieren ok dann ist es das ist wirklich toll der schätze auch 15 k erstmals krank das ist so schlecht pvp ja mimi ja dann wird sie können kann nicht mal gut aufnehmen ja hallo ich bin nicht tot ich bin nicht tot ich bin nicht tot ich bin nicht tot man können wir das nicht einfach mal lassen ja farby ich hab dich mir nicht mal angehittet man jetzt mal ne dia rüstung zu viel dies haben wir nicht zu spät 12 es war nicht mal das wetter umstellen Achso, genau, ich habe ein bisschen Holz gesammelt. Ja, diese komischen Fruchtsäfte. Ja, ich habe auch drei bekommen. Ja, ich habe nur einen bekommen. Den anderen habe ich an dich gegeben. Benner. Ja, ich habe ein wenig Holz gesammelt. Ja, man sieht halt, welche Bäume am meisten gebracht haben. Eiche und Oakwood. Gefolgt von Birke, Akazie und dann als letztes Spruce. So sieht unser Projekt im Moment aus. Und ja, jetzt weiß ich gerade nicht, was ich bauen soll. Ja, ich habe keine Ahnung. So wie immer. Ähm. Achso, äh, warte mal. Ups. Upsi, Upsi. Mann. Das kann man sogar zubauen. Was? Scheiß, Ocean Man. Warte. Ich habe gerade auf, man sagt, meine Tür was googeln, aber da ist mir gerade aufgefallen, oh, der hat die Aufwand dann gestorbt. Toll. So. Will ich Pause machen? Nein, nein, pass. Ich muss ja nur wenden. So, ich bin gerade überlegen. Ach man, mein Handy muss auch nicht sehen. Mein zweiter Tür muss auch nicht sehen. Ähm, toll. Was möchtest du googeln? Nee, ähm, nach einem schönen Haus vielleicht für mich. Ah, wollte mir nicht hier, dass ich zum Beispiel hier, ne, im Grundstück, meine, da haben wir das so ein XXL-Grundstück. Ja, sowas können wir machen, äh, ja. So, warte mal, dann mal... Abstecken. Ja, genau. Dann ist einfach hier die Blöcke, Steinblöcke. Ja, oder das, wo ist das, hast du das? Äh, weiß ich nicht, das müsste oben in der Extrakiste sein, hinten in der Kieskiste. Äh, Kies, oder? Oh, Diorit ist ein bisschen wenig, äh, nimm Granit, weil das Problem ist, Diorit, dann kommen die nachher mit meinen Grenzen durcheinander. Okay, äh, dann wärst du das auch genauso breiter machen. Weiß ich gar nicht, wie breiter das ist. Äh, nee, ich meine, Länge, Mann, wie das hier, oder? Ja. Dann wärst du mich an diesem Pfosten hier orientieren. So, äh, äh, scheiße. Da, 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 da. Überleg dir das mal einzuglätten. Ja, boah, ganz easy. Nee, nee, viel schlimmer. Hier hinten steigt das noch mehr an, ne? Mhm, hm, hm. Das ist nicht nur so ein bisschen wie hier bei uns. Hier hinten steigt das ja erst richtig an. Ganz easy peasy. So, äh, bis jetzt... Hm. Weiß nicht, ist das jetzt hier so genau, wo ich richtig so stehe? Da passieren geht das? Oder? Äh, weiß ich nicht genau. Ach ja, ach ja, ich hab ja auch auf... Äh, ich... Nein. Kleine Chunks. Hier ist kein Name. Ist auch kein... Da. Oh, bitte, warte, einen kurzen Moment. Da. Also muss ich eigentlich... Das müsste genau der Block sein. Äh, hier. Ja, das müsste genau der... Ja. Also bis hier musst du das machen, meine ich. T slash in... Nee, musst du ein I angeben. Oh, scheiße. Hier, ja. Das gehört uns. Hier muss... Ja. Ja, ist dann... Ja, das war genau, weil ich halt einen mehr genommen hatte, damit ich hier sicherheitshalber noch... Hier, muss ich eigentlich machen. Ja. Da war ich an den Turf falsch gesetzt. Natürlich kann ich... Ja, ich glaube, das wird man sehen. So. Aber wie breit? Weiß nicht. Ich will kurz gucken, das ist ungefähr... Ja, oder... Pass mal auf. Wieso gehen wir denn jetzt einfach bei dir jetzt hier über die komplette Zunge? Weil wer geht dann ganz ehrlich noch hier hinter? Ja, okay, ja. Wer wird genau hier hinter gehen und wird jetzt hier die Ecke nehmen? Ich hab keine Peke, kannst du mal kurz das wieder abbauen? Ja, warte, ich guck jetzt... Ja, okay, dann guck du schon mal, wo das hin muss. Weil das Problem... Ich würde das nämlich jetzt nicht wegmachen, sondern ich würde jetzt erst gucken... Wo der hin muss. Der muss nämlich jetzt genau hier hin. Er muss jetzt hier hin, wo ich bin, oder? Du musst vom Land aus kommen. Hä? Achso, warte, ja, warte. So, schon. So. So, jetzt kannst du hier... Der Turm. Da der Turm, oder was? Ja. Ja, dann hast du genau die komplette Landzone drin. Äh. Okay. Kannst... Hast du eine Schlaufe dabei, oder auch nicht? Äh, nee, du hast eigentlich die Schlaufe gekauft, oder nicht? Ja, ich hab alles. War ja jetzt nur, ob ich dann schon mal hätte weitergehen können. Gut, dann, äh, äh, äh... Du kannst einfach quer rüber gehen, weil der braucht eh nur zwei Ecken. Achso. Kann's aber laufen, ist alles gut. Ah, jetzt auf einmal die Schlaufe. Ah, tot. So, äh... Wo steht denn der andere Posten? Hier ist er, oder nicht? Kann man kurz laufen? Ne, ich war so da, da. Da ist er Pfosten, okay. Hier also. Ja. Ja. Mann! Mann, Meier! Scheiß, kein Nickel! Hey, er stand nicht mal da, das ist ja das Dumme. Du? Ja, pass. So, P. Ja, es ist kein Moderator, Alter, witzig flaxen. Ja, moin. Egal, ist das scheißegal. Ja, bin ich. Und dann können wir auch einfach morgen. Ja, ich kann nicht mal sprinten. Ja. Da, da, da. Oh, so groß wie ein Brot. Ja, zwei geben kann aber. Dann habe ich nur noch fünf. Äh, fressendes Pack, Alter. Ich wäre so gern Hilfe. Mach nicht boom. Mach nicht boom. Dann ist Ossi ganz böse auf mich. Dann wird sein Haus kaputt. Ich esse noch ein paar Kartoffeln. Aber so weniger. Ja, wir haben auch noch ein paar im Ofen. Sind halt wirklich nicht viele, aber. Machen wir mal ein paar Kartoffeln. Okay, guck mal. Ausgewogene Ernährung. Kartoffeln und Brot. So, ähm, wie lange geht denn noch die Aufnahme an? Drei Minuten. Okay. Nein, zwei. Wir könnten ja hier in der Ecke, weil, ganz ehrlich, möchtest du hier in die Ecke was bauen. Weiß ich nicht. Dann könnten wir hier einfach ausheben so ein bisschen und hier so ein klein Teilchen machen. Dann werden wir sehen, wo ein alter Mann mitgebracht hat. Ähm, da guck ich vor kurzem Wasser einmal. Genau, da ist ein Wasser. Ähm, wir haben eine geheime Quelle unterm Brunnen. Also, ja. Ja, aber weiter musst du buddeln, ist egal. Lauf nach da oben. Nee, ich will nicht sagen. Was ist so geil? Was, was mir egal wäre, so, äh, bei Dschungel gibt es auch dieses spezielle Wasser, was so konisch ist. Das ist so, äh, so eine Art Dschungel. So. Ähm. Ähm. Das ist der geheime Bunker. Nein, 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 nein. Das ist einfach nur unten von der Mine, so ein Stück. Ja, hier kann man jetzt nicht mal einen Weg bauen. Da kommt der Weg nach hier. So von hier oben. Vor allem ist es, den kann ich jetzt nicht mit der Schippe ziehen. Ja, das ist wirklich ein Bunker. Also. Man, nicht weiter mal weg hier. Hier ist ein. Ein Schalter gewesen. Ja, wohl nicht wahr sein, Alter. Und dann, ja. Und dann, ja, kommt das hier zum Pumper. Ah, tja. Geh jetzt eigentlich mal rein. Fabi, man machst du das gut, ey. Wie ein Profi. Das ist ein Naturteig, ja? Meine Pekke ist kaputt. Das ist Naturteig, also muss da Wasser rein. Sieht richtig schön aus, so ein bisschen Wasser. Wasser, 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 was soll ich nicht so denken? Fabi, isst du auch Weizenkörner? Klar, ich bin ein Huhn. Ah, Gott, ah, Hühner. Ah, Hühner, Alter. Ah, ja. So. So. Hier noch und da noch und da noch und so. Ah, das war erlegt, oder? Nee, das war nur die Umstellung von Tag auf Nacht. Äh, oder von Nacht auf Tag, oder? Ja. Okay, Osi, du kannst... Sieht sehr natürlich aus. Fluten, juhu. Juhu. Was? Juhu. Ja, oder? Sogar drei, die Stein gewinnen gemacht. Alter. Müsste so alles so... Ja, ich hoffe, man muss so gleichmäßig sein, ja, oder? Äh, ja, ja, ja. Oder wir können hier hinten... Mhm. Juhu. Aber Leute, ich sag, das hier war eine nächste Folge. Welche Folge verlassen euch da? Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Bis morgen. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.